Toni, ich glaube, da landen jetzt dann Außerirdische auf deinem Kopf, oder so? Das ist ja da was. Das schaut ja komisch aus. Sollst du es mitnehmen und aus dem Wind irgendwo hin transportieren, wo kein Wind geht? Wahrscheinlich. Ich kenne das nicht raus aus ihrem Raumschiff, weil... Zu einem Wind geht. Genau. Also wenn ihr jetzt da nichts mehr hört, dann sind wir von diesem Ding da eingesaugt worden. Wir haben die Untertasse da. Krass. Ansonsten wäre es ja schon ganz schön. Ja. Natur und so. Ja. Oliven, Pinien, Kräuter aller Art. Die zum Radeln ist auch ganz nett. Wir müssen nicht an der Straße trampeln. Alles ganz schön.